Was zur Hölle? Ich spring da immer wieder von ab. Ähm, wie komm ich hier wieder raus? Ich würd hier liebend gern die Brücke wieder hochfahren. Aber das geht nicht. Bleib die Brücke in ihrer Position. Okay. Moment halt, kann ich eventuell? Die Viren sind natürlich noch weg. Ah, jetzt kann ich auch mal ganz kurz das Ding scannen. Ich muss mal scannen hier. Okay. Hopp. Hopp, hopp. Schreif ich da? Hopp, hopp. Nein, sie springt natürlich ab von der Kante. Warum auch nicht? Samus, manchmal bist du echt seltsam. Upwards. Okay, das scheint nicht zu klappen. Wollt ich doch über den Ding jetzt... Hey? Hä? Ich muss doch hier irgendwie wieder rauskommen, dann kann er sie angehen. Ich meine, sie macht diese komische Attacke irgendwie sehr, sehr seltsam. Inventor. Und was fällt das? Äh, Systeme zur Fortbewegung, ne? Scrut Tag. Einmal geht es sich und springen. Cool. Durch Energieentladung zu transformieren. Nach Erfolg. Okay. Wolltest du in der B-Taste ich das einleiten und... Und... Ich muss dann... Ich muss B-Smashen. Ach, zurück, 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 zurück. Moment. Hopp, hopp, hopp. Ja, äh... Und fortführen ist gut. Ich mach das einmal. Moment. Hopp, 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 hopp. Oh Gott. Man braucht Timing für die ganze Sache. Da bin ich ja der Held drin. Alles klar. La. Abwärts. Gut. Oh yeah. Jetzt weiß ich aber, wie ich an eine Stelle rüberkommen werde. Okay. Hopp, 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 hopp. Oh yeah. Sehr schön. Hopp, hopp, hopp. Oh, bin unterbrochen worden. Weiter geht's. So. Die Aufnahmen liefern natürlich jetzt weiter so fünf Minuten. Super. Äh, Piraten. Hä, Piraten? Warum fliegen? Luftpiraten. Moment, Luftpiraten. Ich bin jetzt nicht dran. Natürlich nicht. Nein. Nein. Ich krieg's gar nicht mehr. Hopp, 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 hopp. Aha. Komm nur her. Okay, sie behalt einfach ab, wenn ich das so brauche. Das ist nichts Vieh. So. Wo komme ich denn jetzt da weiter? Jetzt habe ich das Crew Attack. weg. Und. Nicht alle Schlüssel. Ich nutze das Portal. Jetzt komme ich wahrscheinlich an den Scheiß Schlüssel an. Nein, nicht Schall. Äh, das da. Das da. Das da. So. Jetzt komme ich mit ziemlicher Sicherheit an den Schlüssel. Nicht Schlüssel. So. Aber ich gebe mir auch einen Nerv. So. Lightbeam. Deck mich. Wenn's. So recht verrecken. Mach da noch Lips auch noch. Ich treffe den nicht mal. Das ist der Schmornen jetzt hier. Na schön. Aaaaahhhhhh. Verdammt. Okay, da ist ein Kasten rum. Ich hab's verstanden. Gut. Wie komme ich an den Dingens dran? Da ist ne Türe, aber... Willkommen, Strut Run. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Von der anderen Seite dran. Nein, du solltest nicht. Verdammt. Was? Ja. Ba- 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 Weil ich scheine auch von der Seite nicht dran zu kommen. Äh, ich weiß glaube ich, wo ich hin muss. Zu dem Turm. Wo ich vorhin schon war. Yay. Es ist nicht geschafft haben die Screwtec jetzt hier einzubauen, das ist sowieso sowas seltsames. Ähm, mhm. Naja. Hier geht mir auf den Keks. Und da ist ein Aufzug. Achso. Nein, ich wollte wechseln. Der Transporter da. Achja, stimmt. Das ist ja der Turm wo ich hin wollte. Genau da war ja was. Aber jetzt muss ich erstmal wieder da hinkommen. Achso und dafür ist natürlich der Dingeswichter da. Ach, yay. Oh, wir sind jetzt hier. Ihr seid mir schon den besten Teil auf den Nerv gefallen. Ach komm. Ihr sterbt immer noch so geschalt vom ersten Tempo bist du drin. Dankeschön. Ich gebe dir die Energie. Danke. So, ähm. Jetzt hier die Abkürzung die ich da freigeschaltet habe. Hopps, hopps. Achja. Falscher Team. Ups. Ups. Wunderbar. Kommen wir auf. Ähm. Drümmen war ein Speicherraum. Doch wollen wir doch erstmal kurz hin. Um das Spiel zu speichern. Wer hätte es gedacht. Ja, ähm. Die Speicherraum war hier unten auf der Ebene. Wo muss ich da weiterholen. Rollen. Rollen. Kommen wir das mit ein. Hallo. Rollen. 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 So. Lass mich in den Speicherraum. I want to save the game. Thank you. Du, du, du. Ja, ich möchte speichern. Da, 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 da. Ich nehme heute verdammt viel auf. Und das ist auch gut so, weil ich schon ewig keinen Mad World Prime aufgenommen habe. Ja. 필요haft? Du, 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 du. Du, 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 du. Du. Lutitutitutitutitutitutitutitutitutitutitutitutitutitutu. Ach ne, halt. Ich muss ja sowieso weiter rollen. Rollen. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Ja. So. Jetzt rollen wir wieder zu meinem пор... Genau. Da hinwollen wir zu den Portalen da. Ähm. komm ich nur runter nochmal ja durch den raum wo ich gerade herkomme genau da war ja was da 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 warum bin ich zurückgelaufen ich bin nur zurückgelaufen um zu speichern da ab die da ab die da ab genau nicht weil ich mich vertan habe nein ich wollte nur speichern meine energie auffüllen ja genau ihr seid wieder da natürlich seid ihr wieder da das vermissen und verschwinden ja du hast mich am arsch ey nervensägen komm ich wohne hier aus bis da drüben hin komm ich wohne hier aus bis da drüben hin ja passt hä achso ich bin ja die dinge jetzt hier runter ja ja ähm hä ich komm what ja schön gut komm ich auch wieder zurück ja ok interessant hier gibt es auch ein missile pack habe ich das nur gewusst wieder hoch da kann man es aussehen ähm muss ich da rechts rechts und dann in der mitte wozu wissen äh rechts rechts und dann in der mitte wohoo missile container 흡 показывieren rein und dann die bis dahin gleich bis dahin Vielen Dank.